Ich bin Romain Dessé und im Center 2012 furcht zu Litzebüsch. Im Center im Lissé gehen wir in der Freizeit gerne Klammern. Für was Klammern ist es, wenn man einen guten körperlichen Ausgleich zum ständigen Sitzen am Büro und an der Schule gibt. Und ich kann es relativ spontan an meinem Alldach abwenden, denn als Furchter muss ein Dach ziemlich oft flexibel sein. Mein Furchtungsabes ist ein gemeinsamer Projekt der Uni Litzebüsch an der Innovoz. In der Innovoz ist es so, dass wir manchmal Strom produzieren, wie wir effektiv verbrauchen. Und das Weitere ist es so, dass die Innovoz zu einem Moment dafür sorgen muss, dass wir genauso viel Energie zur Verfügung haben, wie wir effektiv brauchen. Innovoz muss die Innovoz natürlich auch grosse Kontitäten von Strom und Gas auf der Burs ankaufen. Wie genau handelt es sich dabei um sogenannten Future-Kontrakten oder Stromderivaten. Und dabei geht natürlich auch immer viel zu weit. Innovoz ist es wichtig, genau zu berechnen, wie viel in diesem Handel mit Strom und Gas verlieren kann. Also quasi in Zukunft zu schauen. Für in Zukunft zu schauen wollen wir auch kein Gliesebüsch mit mathematischen Modellen. Dafür vergleichen und entwickeln verschiedene Methoden, die dann im Erlauben zu berechnen, wie sich Preise verhören könnten. Also ob sie klammen oder fehlen. Sprich, das sogenannte Preisrisiko. Wir werden das besonders um meine Modelle an. Oft ist es so, dass es sich die Produkte, die denen, was es handelt, einzeln anzieht. Für welche Einzelne ist man das einfach zu berechnen. Ich werde das nur an meine Modelle machen, als dass ich die verschiedenen Produkte zusammen anzieht. Ich werde natürlich schauen, ob sie zusammen mit Dei oder mit Billig gehen, oder wenn ich zum Beispiel grossen Preisschwankungen optreide kann. Wir haben momentan nicht ganz viele Methoden, um das Preisrisiko zu berechnen. Aber natürlich, die verschiedenen Methoden sind auch hier. Mein Ziel ist es, eine neue Methode zu entwickeln, mit der ganz präzise voraussetzen kann, wie viel effektiv das Preisrisiko ist. Das muss man überrechnen. Dafür schauen wir vielleicht statistische Proprietäte an und von den Gas- und Stromprodukten, die wir haben. Ich werde da machen, ich simuliere ganz oft, zum Beispiel ein Millionen Mal, wie sich Preise über die nächsten Wochen oder sogar Stunden verhören könnten. Und da berechnen wir, wie viel Preisrisiko effektiv besteht. Weil recht, wenn wir dieses Preisrisiko ganz genau berechnen können, dann können wir alle Klienten effektiv auch den besten Preis übernehmen. Mer flame. Was unclear ist, aber es also nicht key zu kommen. Wenn wir gehen, weil wirtschaftlich, weil wir werbs obstruct – und gleich knockνηnahmen vor waren. Schндach mit dem Te感覺 zerфologen. Pervers souligen. wegen DM-bes comercialions, Das hat der liveours Earmere Heimat Sehr gut Scientists Das muss aber noch nicht genau mit dem Tecken von Telefon cards her. Berlin hat er auch die Sporaki gen deployt. dass ja die Kon警 panel ausgescheisi Ant clip sevaert ihr Tage